So, Willkommen zurück bei Retro City Rampage. In der letzten Folge haben wir ja mit Deathcam VHS angefangen. Und damit machen wir jetzt weiter. Wir haben den Raum, in dem wir gerade sind, noch leergekriegt, um jetzt mal. Und machen wir jetzt weiter. Unsere Energie sieht jetzt wieder gut aus, da wir Energie eingesammelt haben. Und... Was man jetzt schafft? Schon... Frosh Fill. Du hast einen Frasch von Guero. PJ, Frasch, Bill? Mit Spitzager, hast du viel Fisch? Irre. Ich denke, du bist ein falsches Videospieler. Ups, mein Fehler. Ich steck dran, Spieler. Und ich habe das Gefühl, dass wir da sind. Ich habe das Gefühl, dass wir hier sind. Und ich habe 4 Minuten. Nein, wir sind noch nicht durch. Das ist eigentlich... Nee, kaputt. Und wir sind noch nicht so. Viel Fisch, auf die Staple. Cool, gut. So, ne, ist kaputt. Das ist der für den Ding der Hände, wenn die nicht getroffen ist. Renou Bernard. Ah, nee, Bedarf. Entschuldigung. Mein Fehler. Oh, einer mit Schild. Aber trotzdem abschließen. Nicht gut. Ich bin mit dem Ding, den ich gekroffen habe, entfinde ich immer noch ein Teeer. Doch kommen gerade ein bisschen viele raus, oder? Ich bin für mich ne Schrott, die mehr in den Hände auf einmal beschlossen kann. Okay, jetzt haben wir Doppel-Schild. Ja. Und wir sind auch noch nicht durch. Komm, mein Schild. Ich hab schon weg jetzt. Nein! Drecksack! Scheiß Raketenwerfern! Ui! Das ist das Assoziation, dieses Mal. Ah, Dreck! Warte, wo darf ich jetzt anfangen? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ansonsten hätte man dann im ersten Raum angefangen. Ja, klar, will ich nochmal versuchen. Ah, gut, ich darf ab diesem Raum her machen. Ich werde jetzt nicht anfangen. Das ist daskt, wie ich sage. Ich habe mich nicht überlegt. Und da ist nichts. Ich habe mich nicht überlegt. Der lebt noch, der Dreckssack. Alter, das ist jetzt echt mies. Also dieser Teil ist nicht schlecht, das ist sehr gemein. Nein, Scheiße. Oh, Energie eingesammelt. Okay, cool, dass mich meine Rakete gerade nicht selber getroffen hat. Ja, treffen wir die Rakete nicht selber? Wäre natürlich cool. Ich bin gepeken. Scheiße. Ich weiß, deren Rakete treffen die, aber... Ja, da habt ihr es gesehen, die haben mich gerade abgekuckt. Ich kann nicht auf die draufspielen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich glaube, der übernimmt eine Rakete, schon zwei, aber das ist ja auch schon eine extrem... Der übernimmt sogar zwei Raketen. Scheiße, das will ein Schild weg. Alter, der ist jetzt nicht verreckt. Gut, jetzt ist er tot. Okay. Was. Aber ich glaube, es kann jetzt neuer andere Fähigkeiten hängen. Ich hab dich gerne weghocken. Und die saturationen laufen. Ich bin geworden. Hat sich jetzt stand es da nicht zu Was natürlich auch mal wieder passieren kann. Wahrscheinlich kommt hier nachher noch mit einem Typ mit Flammenwerfer, was schon immer sein kann. Flammenwerfer sind sehr leicht zugänglich immer. Ah, ein Flammenwerfer, sag ich doch. Und ich wusste es wirklich nicht mehr. Ich hatte es nicht mehr im Kopf, was hier, äh, hatte auch was mich für das Film nicht mehr im Kopf. Ich wusste nicht, dass so sowas kommt. So, jetzt kann ich mal ausweichen, das ist gut. Und tot. Flammenwerfer! Hier ist halt Dreckssäcke! Lass den Mist! Stepp einfach an eurem Feuer! Dankeschön. Na die! Ich weiß, stimmt, der Typ kann, die Typ können hier versuchte ich, äh, Feuer sterben. So. Okay, beide in die Ecke gedrängt. So. Und was, bald? Okay. Gut, der war knapp. Und, noch mehr Feuer. Ah, gut. Ja, ich brenne beide. Das ist schön. Die sterben hier nicht gleich. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nie anfange zu zutaten. Dann sind die... tot. Yay! Oh, das war knallt. Ja, unten ist mir irgendwie zu nah. Ah, der bret ja schon. Könnt ihr vorbeierlaufen? Genau. Ah. Gut, eine brennt. Ah, ich bin durch. Ah, ich bin durch. Jetzt, ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch die Stimme 3. Ah, ein Drecksack. Motorradherr. Nein, da ist so ein Bajonik. Ich dachte, die werden nicht mehr eingesetzt. Panzer! Hm. Hehehe. Wie hab ich schon mal angefangen. Hä? Mhm. 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 Ja. 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 Ich habe einen Balliert. Äh, dir fehlt ja wohl vor. Ja, das sehe ich nicht. Schluss ist untergelangt. Es geht schon kaum zu werden. Da werden wir. Das ist das Club aus des beliebten Nebenwienerstellervereins. Ich will dir gerne helfen, mir dort zu holen. Ich muss so ein paar Pisten packen. Viel Glück! Erforsche die Gegend. Ja, das ist tatsächlich der Ende der letzten Mission. Ah, Freunde, wir sind am Ende der Zeit. Und deswegen beende ich jetzt hier die Folge. Weil, fällt da noch was? Oh, das hätte ich noch im Kopf, dass es noch kommen müsste. Na egal. Kommt bestimmt noch. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal von meiner Seite. Wir sehen uns dann übermorgen wieder in der letzten Mission. Dann werde ich das mit dem ganzen Münstilfohlen und so. Alles danach noch machen. Also... Ja, hier ist das meine Mauszeige zu sehen. Das ist voll krank. Spiele werden beim Maus. Ähm, ja, also wir sehen uns mit dem Münstilfohlen. Bei der Säcke und so. Es wird dann alles noch gemacht. Nach der Hauptstory dann wahrscheinlich. Oder nicht. Ich hab mir nichts lernen. Ich hab mir das gemacht, wie gesagt. Und da würde ich das alles in Abgaben wahrscheinlich noch ein bisschen zusammenschneiden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.